Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen frühlingshaft und die Sonnenstunden wieder mehr. Das heißt, höchste Zeit in die neue Radsaison zu starten. Nicht nur für die Hobbysportler, sondern auch für die heimischen Elite-Radsportlerinnen und Radsportler. Und da freue ich mich natürlich, vom ÖASV den Projektleiter Christoph Hugl begrüßen zu dürfen, nämlich für die ÖASV-Radliga. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und Radsportlerin Carina Schrempf. Schön, dass das heute geklappt hat. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, warum sind wir heute da? Die ÖASV-Radliga startet in die neue Saison von Ende März bis Ende September geht es wieder quer durch Österreich mit den heimischen Elite-Fahrerinnen und Fahrern. Was erwartet uns denn da heuer? Genau, wie schon angesprochen, wir sind in ganz Österreich eine ganze Radsport-Saison unterwegs. Es sind die Spitzensportveranstaltungen in Österreich im österreichischen Radsport. Wir hatten jetzt den Kick-Off in Leonding vergangenen Sonntag. In zwei Wochen geht es weiter und dann Schlag auf Schlag durch ganz Österreich durch bis zum großen Finale am 18. September in Kufstein. Es ist die größte Rennserie für die heimischen Profi-Teams. Generell hat man das Gefühl, in Österreich gibt es aktuell einen echten Radsport-Boom. Absolut, also mit Covid ist ja Radfahren noch intensiver geworden. Es ist der beliebteste Sport in der Familie. Es ist ein Nachwuchssport in den verschiedensten Kategorien und Facetten. Und das freut uns im Radsportverband ganz besonders, denn um eine große Spitze, eine Leistung und Spitzensport zu haben, braucht es auch eine große Breite. Auf jeden Fall. Carina Schrempf, du bist zehnfache Staatsmeisterin in der Leichtathletik, aber jetzt sozusagen aufs Rad gekommen. Wie kam es dazu? Genau, also verletzungsbedingt habe ich im letzten Jahr ein bisschen in den Radsport hineingeschnuppert. Bin dann meine ersten Rennen für das Team Kukina Graz eben schon gefahren. Und ja, heuer wird der Fokus voraussichtlich ein bisschen mehr am Radsport liegen. Da musst du uns natürlich auch mehr darüber erzählen. Nämlich, du hast eigentlich erst letzten August die Lizenz für das Radfahren, für das professionelle Radfahren gelöst. Wie kam es dazu? Und du hast ja schon irrsinnig viele Erfolge seitdem gefeiert. Ja, es ist erstaunlich gut gegangen seitdem eigentlich. Ich bin immer schon alternativ relativ viel Rad gefahren, einfach um Verletzungen zu vermeiden und um eben die Grundlage so zu schaffen. Und nachdem im letzten Jahr dann eine Verletzung mit der Achillessehne sehr langwierig und so akut war, dass das Laufen gar nicht mehr möglich war, habe ich wirklich ein bisschen mehr am Rad trainiert, auch von den intensiven Inhalten. Und ja, dann habe ich eben die Möglichkeit gekriegt, für das Teamkline an den Start zu gehen. Bin dann die gesamte ÖRV Radliga nicht mehr mitgefahren. Für das war es natürlich schon zu spät. Aber zumindest die ersten Rennerfahrungen habe ich dort schon sammeln können und da die ersten keinen Erfolge feiern dürfen. Da müssen wir auch genauer hinschauen. Den City Hill Climb in Salzburg hast du einen Sieg feiern können. Beim Loser Bergrennen und dann beim Finale, vor allem der Radliga im letzten Jahr. Was ist dir da gelungen? Genau, also das war das Kriterium dann, wo wir das erste Mal auch Erfahrungen gemacht haben im Teamwork. Meine Teamkollegin, die Veronika Windisch, hat das große Finale gewonnen. Ein Kriteriumrennen zu fahren, für mich auch eine komplett neue Erfahrung. Aber bis jetzt, egal ob Kriterium oder eben die angesprochenen Bergrennen oder normale Straßenrennen, bis jetzt macht mir alles sehr viel Spaß. Und ich bin gespannt, welche Möglichkeiten ich da sonst noch habe und wo ich sonst noch alles, was ich sonst noch alles kennenlernen darf. Eine echte Quereinsteigerin, das erlebt man in letzter Zeit immer öfter im Radsport. Sei es jetzt vom Laufen, von der Leichtathletik, vom Skibergsteigen. Wenn wir zum Beispiel an Anton Balzer denken, der da für das Borat-Team fährt, man merkt das immer mehr, dass die dann in den Radsport wechseln. Ist da die Herausforderung Radsport für viele so interessant? Ja, ich glaube und ich hoffe es auch und es freut mich ganz besonders vom Radsportverband, dass wir quasi so viel Zuwachs auch in einer späteren Ebene noch bekommen. Also nachdem eine andere Sportart schon höchst professionell ausgeführt wurde, wie bei der Carina, und dann in den Radsport gewechselt. Also das lebendigt uns ja auch auf und macht uns nochmal einen Schritt attraktiver, würde ich auch sagen. Jetzt müssen wir natürlich über die Radliga sprechen. Zu Beginn haben wir schon gesagt, der österreichische Radsportverband ist irrsinnig breit aufgestellt, hat viele Sparten. Wir sind heute sozusagen auf der Straße zu Hause, wenn wir über die Radliga sprechen. Was ist das Besondere an der Radliga in Österreich? Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Genau, also die ÖRV Radliga, die Road Cycling League Austria, wie wir sie offiziell betiteln, ist ja eine Traditionsveranstaltung, die gibt es ja schon einige Jahre. Aber in den letzten Jahren, vor allem konkret in den letzten zwei Jahren, haben wir da einfach noch dieses Produkt Radliga weiterentwickelt und haben neben einer klassischen Herrenradliga auch eine Damenradliga gegründet. Weil wir einfach gemerkt haben, jetzt ist oder eigentlich viel zu spät ist der Zeitpunkt, das auch für die Damen anzubieten. Das ist ein Trend, möchte ich jetzt nicht sagen, weil ein Trend kommt und geht, sondern einfach eine Veränderung, die man auch international spürt. Die UCI, der Weltverband, legt auch ganz stark jetzt den Fokus und in ihrer Strategie und im operativen Arbeiten. Und das sehen wir auch als mehr als nur zeitgemäß, das anzubieten, hier in die Breite zu gehen, ein vielfältiges, ein gleichgestelltes Angebot zu liefern. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Wir haben acht Rennen bei den Herren, wir haben acht Rennen bei den Damen. Die Austragungsinhalte sind ident. Das Preisgeld, auch ein großer Punkt zu diesen Thematiken, wurde ident angepasst bei den Tagespreisen, als auch bei den Gesamtwertungspreisen. Und so wollen wir wirklich ein Produkt entwickeln, das für die Herren als auch die Damen komplett ident ist. Der Frauenradsport in Österreich, der ist auch richtig im Kommen. Nicht nur in Österreich, sondern beobachtet in ganz Europa. Wie hat sich das für dich angefühlt? War das so, dass du sagst, ich wollte immer schon einmal aufs Rad steigen? Oder hat sich das erst im letzten Jahr entwickelt, weil auch zum Beispiel wie mit der ÖRV Radliga, da irrsinnig viel getan wird in Österreich? In der Entwicklung meiner Grundlage, also der Grundlagenausdauer, die ich für das Laufen auch schon immer gebraucht habe, bin ich immer schon viel am Rad gesessen. Aber natürlich hat Österreich jetzt allgemein einen ganz neuen Aufwind erfahren oder der Radsport in Österreich sicher auch einen sehr großen Teil dazu beigetragen hat. Der Olympiasieg von der Anna Kiesenhofer, meiner Teamkollegin. Es ist schon so, dass Covid bedingt sich ja auch mal verstärkt den Zugang zum Radsport gefunden hat und auch viele Breitensportveranstaltungen, die sehr attraktiv sind, wo wirklich große Radrennen einmal das Ziel sind, auch von Breitensportlern. Und so ist es, glaube ich, sowohl für die Entwicklung im Amateurbereich oder im Hobbybereich als auch im Profibereich eine sehr positive Entwicklung. Den Olympiasieg von Anna Kiesenhofer, den müssen wir natürlich ansprechen. Das war unglaublich. Österreich war da wirklich, glaube ich, ein paar Wochen im kompletten Radsportfieber. Viele von uns sind es das ganze Jahr. Da hat wirklich ganz Österreich genau hingeschaut. Wie hast du das erlebt, diesen Erfolg von Anna Kiesenhofer? Dir, du hast es schon angesprochen, für das Team Kukina Graz, auch bei der ÖRV Radliga, ein paar Rennen heuer bestreiten wird. Genau, also ich habe das Rennen selbst im Fernsehen mitverfolgt. Also es war unglaublich für mich. Ich bin zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder das Team Kukina Graz gefahren. Das hat sich bei mir eben erst später entwickelt. Aber das so mitzuerleben, dass wirklich eine Österreicherin da so ganz vorne mitmischt, das hat, glaube ich, schon die Perspektive auf das Ganze ein bisschen verändert. Und vor allem auch der Anna ihren Zugang zum Radsport, der ja auch, ja, sie trainiert. Aber sie berichtet ja selbst auch über diesen Erfolg, dass sie genauso hart, also sie hat nicht härter dafür gearbeitet, sie hat nicht mehr in dem Rennen geleistet, als sie sonst für viele andere Rennen auch schon geleistet hätte. Und da hat halt wirklich alles zusammengepasst. Und es zeigt aber auch, dass einfach wirklich diese konsequente Arbeit, dass man das gern macht und dass man sich das Leben oder die Lebensumstände so einrichten kann, trotz Job und so weiter, dass man dort auch sehr schöne Erfolge feiern kann. Oder in dem Fall ein Olympiasieg ist sicher nicht für jeden möglich und heißt auch nicht, dass das einfach ist. Aber die Anna zeigt ihnen, dass es durchaus möglich ist. Und ja, das war für mich auch sehr schön mitzuerleben und ist natürlich eine große Ehre, mit so jemandem im Team zu fahren. Hast du sonst irgendwelche Vorbilder im Radsport, sei es bei den Herren oder bei den Damen, wo du sagst, tolle Erfolge, die der schon gefeiert hat oder die gefeiert hat, das würde ich auch gerne mal erreichen? Allgemein im Radsport finde ich es einfach auch faszinierend, wie zum Beispiel jetzt eher ein Sprintertyp, auch gut über, wenn man jetzt Herrenrennen beobachtet, internationalen Top-Level, wie der auch über die extrem schwierigen Anstiege aufgekommt und dann aber im Ziel noch die Beine hat, dass er dort im Sprint dann auch noch alles niederreißt. Also das ist einfach für mich von der Sportwissenschaft extrem spannend und fast unbegreiflich, wie sowas möglich ist. Einer, der da in den letzten Jahren dominiert hat, war Peter Sagan, der im Sprint oft echt unglaubliche Leistungen geliefert hat. Natürlich jetzt also quer durch die Bank, unglaubliche Leistungen, sowohl von den Damen als auch von den Herren. Viel mehr Namen nennen würde ich jetzt nicht, möchte nicht da die Zeit für eine Aufzählung verwenden. Aber natürlich blickt man zu solchen Personen auf und ja, überlegt schon, ob einem selbst sowas auch mal was gelingen kann. Dann wirklich über Berge drüber zu kommen und im Sprint dann auch noch die Beine zu haben. Also das wäre halt auch was, wo ich gerne noch drauf kommen würde, ob sowas mir auch liegt oder nicht. Dann stelle ich dir gleich da noch die Frage dazu, wo siehst du dich eher bei den Bergfahrerinnen oder bei den Sprinterinnen? Wo möchtest du noch hinkommen? Also von der Statur her bin ich jetzt nicht die klassische Bergfahrerin, bin vom Mittelstreckenlauf in der Leichtathletik eher die Schnelligkeit und den Sprint gewohnt und glaube schon, dass dort auch meine Stärken liegen könnten. Bis jetzt hat mir aber alles Spaß gemacht. Also ich mag Sprintwertungen in Kriterien, ich mag Bergrennen und bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und festlegen möchte ich mich jetzt noch nicht, muss ich mich auch vom Team noch nicht. Also ich bin da auch sehr froh, dass ich da alles ausprobieren darf und auch selber schauen darf, wo meine Stärken liegen. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Den Saisonauftakt in Leonding, das war ja mittlerweile das 61. Radsaisoneröffnungsrennen, der Saisonauftakt traditionell in Oberösterreich. Letztes Jahr bei eisigen Temperaturen, in diesem Jahr jetzt am Wochenende strahlender Sonnenschein, perfektes Radsportwetter. Wie hat man das erlebt vom ÖV? Ja, wie schon angesprochen, Leonding ist für uns immer der Start. Jetzt geht es los, jetzt geht die Radsportsaison los und gleichzeitig auch jetzt geht die ÖV Radliga los. Ich war am Wochenende dabei, es war strahlender Sonnenschein, es war ein Besuchermagnet im Start- und Zielbereich entlang der Strecke auf der Bergwertung. Also es war ein hervorragendes Rennen aus organisatorischer Sicht. Ich hoffe, das bestätigen die Sportlerinnen und Sportler auch. Aber es war auf alle Fälle ein gelungener Start für die Herren als auch für die Damen und der Kick-Off, jetzt geht es los, jetzt radeln wir. Man hat auch das Gefühl, dass die Fans es wieder gut angenommen haben. Es war ja doch jetzt über zwei Jahre Corona-bedingt oft ohne Zuschauer, viele Rad-Events haben trotzdem stattfinden können, aber ohne Zuschauer. Und genau das ist man in Österreich ja eigentlich nicht gewohnt. Jetzt war wieder viel los in Leonding, das freut wahrscheinlich auch den Radsportverband. Ja, genau, so ein Zielbereich mit wenigen oder nahezu gar keinen Besucherinnen und Besucher, das hat keinen Charme. Das ist nicht attraktiv für die Veranstalter, nicht für die Sportler. Und das macht schon sehr, sehr viel aus, wenn da quasi eine Stimmung ist, wenn da eine gute Stimmung ist. Und in Leonding ist das absolut gelungen. Auf jeden Fall. Bei den Herren hat der Tscheche Daniel Turek gewonnen vom Team Felbermayr-Simple und Wels. Und bei den Damen war es die Ungarin Petra Csanko von deinem Team, vom Kukina Graz Team. Richtig stark habt ihr euch präsentiert. Ihr seid ja auch quasi die Titelverteidiger, habt im letzten Jahr die Gesamtwertung in der Frauenradliga geholt. Wie ist es denn dir gegangen beim Rennen? Ja, ich war sehr positiv überrascht von der Stimmung entlang der Strecke und alles. Also hat wirklich voll Spaß gemacht, dort ein Rennen zu fahren mit Zuschauern, mit dem, dass man da ein bisschen die Atmosphäre einsaugen kann. Bei mir ist nicht alles ganz optimal verlaufen. Ich war in einem Sturz, schon in der Anfangsphase des Rennens verwickelt. War nicht ganz so schlimm, dass ich also nicht weiterfahren hätte können. Aber natürlich, man verpasst den Anschluss zum Feld. Da habe ich dann ein bisschen versucht, mich wieder nach vorne zu handeln, von Gruppe zu Gruppe. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit, dass ich mit dem 13. Platz dann abschließen können habe. Aber natürlich mit dem Willen, in Zukunft vielleicht ein bisschen weiter vorne platziert zu sein. Aber werden wir sehen, was möglich ist. Ich denke, genau das gehört auch dazu, dass man so diese Rennen liest, dass man damit umgeht mit einem Sturz. Das passiert ja auch den besten Profifahrerinnen und Fahrern. Erfahrungswerte, die man dann wahrscheinlich in das nächste Liga-Rennen wieder mitnehmen kann. Genau, das war eigentlich mein Auftrag vom Teamchef für dieses Rennen, einfach Rennerfahrung zu sammeln. Und ja, ich habe diesen Auftrag, denke ich, erfüllt, indem ich einen Sturz gehabt habe, eine Auffalljagd gehabt habe, einen Zielsprint gehabt habe und auch in der Gruppe gefahren bin. Das gehört alles zum Radsport dazu und ich bin dankbar für die Erfahrung. Und ja, ein bisschen Haut habe ich am Asphalt gelassen, aber sonst nichts. Und da bin ich auch dankbar, dass nichts passiert ist. Passiert am besten. Wir hoffen natürlich aber auch, dass beim nächsten Mal es dann ohne Sturz geht. Reden wir über das nächste Rennen. Was erwartet uns denn da jetzt bei der Radliga? Ja, es geht Schlag auf Schlag weiter. In knapp zwei Wochen am Samstag, den 9.4. in der Region Stephanshardt am Stetten ist ein Einzelzeitfahren angesetzt für die Damen, die Damenradliga. Wir erwarten dort Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer. Carina ist am Start, die Führenden mit den jeweils führenden Trikots der Kronenzeitung und auch die Sarah Berndal, die beste Nachwuchsfahrerin, ist dort am Start. Und gleich am nächsten Tag das Kirschblütenrennen in Wels, ein Traditionsrennen für die Herren als auch für die Damen, ein Straßenrennen. Wir erwarten dort wieder ein sehr, sehr hohes Starterfeld, wie wir es jetzt auch in Leontien gesehen haben und sind gespannt. Wir haben das Führungstrikot hier liegen. Darum geht es natürlich sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Ganz generell gefragt, es gibt den gemeinsamen Auftakt in Leontien, den haben wir bereits hinter uns. Und dann gibt es den gemeinsamen Abschluss, das große Finale in Kufstein in Tirol. Hatten wir auch letztes Jahr die Staatsmeisterschaften Kufstein traditionell Radsport begeistert. Das heißt, auch ein großes Finale gibt es dann. Absolut, das hat mir letztes Jahr gesehen, dass die Staatsmeisterschaft in Kufstein wirklich sehr gut funktioniert. Aus sportlicher Sicht, also auch aus organisatorischer Sicht, weshalb wir uns dieses Jahr dazu entschieden haben, ein Finale in Kufstein auszutragen, im Tiroler Unterland quasi. Wird sicher ein sehr, sehr spannender Kurs wieder. Es gab ein paar Veränderungen, noch attraktiver für die Zuseher dieses Jahr vermutlich. Und ich freue mich schon sehr, obwohl das Ende eigentlich noch sehr, sehr weit entfernt ist. Da gibt es viele Rennen dazwischen. Das Thema Nachwuchs müssen wir noch ansprechen. Ganz wichtig, Sarah Bernthaler kann man ja auch noch ein bisschen dazu zählen. So Nachwuchshoffnungen hat man die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass die dann durch die Radliga ins Rampenlicht kommen. Absolut, das ist auch das Ziel dieser Radliga. Wir sind quasi die nationale Spitzensportveranstaltung für die Elite-Fahrerinnen und Fahrer. Aber gleichzeitig wollen wir auch die Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer in der U23-Kategorie hier mitnehmen, hier teilnehmen lassen, dass sie quasi die Rennerfahrungen auf höchstem Niveau in Österreich kennenlernen, denen auch eine Bühne, eine Präsentationsfläche bieten für zukünftige internationale Teams, internationale Einsätze. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dieser Fokus. Wenn wir jetzt noch einmal von der Radliga ein bisschen wegschauen, gibt es jetzt am 2. April am Wiener Rathausplatz das große Bike-Festival. Auch da erwarten natürlich viele Zuschauer, viele Sparten aus dem Radsport. Der ÖHV ist vertreten mit einem Stand und dann gibt es noch etwas Besonderes. Genau, wir freuen uns ganz besonders, dass wir bei diesem Bike-Festival die größte Fahrradveranstaltung in Österreich und in Wien dementsprechend präsent sein dürfen. Und wir werden dort gemeinsam mit dem Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler die Radsportler und Radsportlerin des Jahres 2021 ehren. Das ist die Anna Kiesenhofer mit ihrem Olympiasieg, Patrick Konrad mit dem Sieg der Tour de France-Etappe und Walter Ablinger auch mit Olympia Gold. Die werden dort am Samstag um 14 Uhr auf der Hauptbühne des Bike-Festivals geehrt. Und danach gibt es auch noch eine Autogrammstunde mit den Athleten und Athletinnen. Ja, da gibt es jede Menge zu entdecken. Für dich geht es aber jetzt so anders hin. Erzähl uns, du fliegst heute wohin? Genau, also ich werde in mein erstes Rad-Trainingslager starten. Jetzt rechtzeitig noch vor den nächsten Rad-Liga-Rennen. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich da ein paar Tage unter der Sonne Mallorcas ein paar Kilometer sammeln darf. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg für diese Zeit in Mallorca. Ein Trainingslager, Radsport, das sieht man ja bei den besten Fahrerinnen und Fahrern. Das ist hart, aber unter der Sonne Mallorcas auf jeden Fall wahrscheinlich auszuhalten. Und viel Erfolg natürlich auch für die weiteren Rad-Liga-Rennen. Da werden wir mit der Krone ganz genau hinschauen. Christoph, noch ein kleiner Ausblick. Was erwartest du dir von der Rad-Liga 2022? Was soll am Ende dastehen sozusagen? Ich erwarte mir eine sehr, sehr sportlich attraktive Liga, die von den besten Athletinnen und Athleten gesteuert wird und dominiert wird. Ich bin gespannt, ob die Dominanz, die im letzten Jahr vorhanden war, wo es wirklich von Beginn an erkennbar war, wer diese Liga dominiert und anführt, ob das in diesem Jahr auch so sein wird. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Rennen, die Facetten des Straßenrennens eingebaut, von Einzelzeitfahren über hügelige Straßenrennen wie in Königswiesen beispielsweise und dann auch wieder flachere Geschichten. Also es ist, glaube ich, für jeden, was dabei ist, kann jeder sich präsentieren auf den unterschiedlichsten Gegebenheiten. Und ich freue mich auf eine spannende Saison, auf die Radsport-Community in Österreich und hoffe, dass dieses Produkt ÖRV Rad-Liga erfolgreich veranstaltet und umgesetzt werden kann. Wir freuen uns auf spannende Rennen. Vielen Dank Christoph Hugel, Carina Schrempf für den Besuch im Studio bei KRONE TV und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.